Wir werden jetzt vorsichtshalber die Show unterbrechen. Wir werden das Konzert in ca. 20 bis 30 Minuten fortsetzen. Bis dahin können Sie sich natürlich auch von Ketzen wegbegeben, unterstellen. Werden jemand das Konzert beenden lassen, sehr gut, sehr stehen, ja auch nicht bereit. Aber nach jetzigem Schrank werden wir das Konzert in ca. 20 bis 30 Minuten fortsetzen können, weil dann das Schlimmste vorbeigezogen ist. Wir werden auch die in wenigen Minuten einige Bereiche des Museums öffnen können, in die man dann auch ein bisschen unter Schiffen wird. Wenn es Neuigkeiten gibt, bin ich hier im Kühnbereich und wer zu weiteren. Vielen Dank für Ihr Verständnis und zusammen werden es gut über die Bibel gehen. Dankeschön.